Musik Am Anfang des Studiums habe ich eine Rolle auf der Angewandte gefunden und ich fand das voll spannend, dass ich mit diesen Stickern was machen kann. Ich finde es spannend, dass durch Chaos und ein Zeichen von Farben und Formen das Raum sich auflöst in dreidimensionalen Achsen und es steht eine zweidimensionale Kirche. Es hat mich immer fasziniert, dass alles in Natur aus kleinen Elementen besteht und ich habe mir gedacht, Kunstwerke sollen auch aus kleinen Elementen besteht. Und im Laufe der Zeit habe ich mir gedacht, vielleicht suche ich unterbewusst eine Schwachstelle, eine Art Achelsterzen. Ich bin oder ich war so begeistert von dem oder überrascht, dass viele Königseons, ganz viele christliche Heilige so homoerotisch dargestellt worden sind. Und dadurch musste ich eine Art homoerotisches Bild basteln von diesem eh schon homoerotischen und so. Ich bin oder ich bin oder ich bin. Ich bin oder 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 ich bin Amen.